Jo, hier mal ein kleiner Witz, zwei Eisenbahner, zwei Schaffner, sitzen in der Kneipe zusammen, sind schön an einem trinken und erzählt der eine so, hör mal, ich bin neulich der Strecke Frankfurt-München gefahren und bei Stuttgart, da muss ich eine Vollbremsung machen, so. Sagt der andere, wie, warum, warum, was ist passiert? Ja, sagt er, da lag eine nackte Frau, angebunden an der Gleise. Nee, ist nicht wahr, doch, wenn ich das sag, was hast du hier gemacht? Ja, ich bin da raus, hab sie mal befreit und dann hab ich der da noch so richtig besorgt. Ah, da wird's aber, da wird's aber Spaß gehabt haben. Da sagt der wieder, das nehm ich doch mal an, ne. Da fragt der andere wieder, ja, hast du dir am wenigsten noch schön einen blasen lassen? Sagt er, die Idee hatte ich, aber ich konnte den Kopf nirgendwo finden. Shit.